Ich dokumentiere so ein bisschen aus ihrem lustigen Leben. So das Leben, was so läuft. Und Peter zeigt beide Filme ja in der ganzen Welt. Viel Musik. Und in Brasilien. Seine Filme sind mal mit Musik. Der Sound jetzt etwa auch mit drauf. Ich hatte den Tag nicht zu müssen. Wenn ich den Folie jetzt richtig einstellen, nimmt das alles richtig auf. Bild und Ton und interaktiv und weltweit irgendwie rumgeschleuert. Alles Kosmos. Macht das alles simpel, wie hier in Soja nach Indien. In Indien kannst du eine Masse filmieren. Ach ja. In Indien finden die Indien. Noch ein bisschen.